Schäfer, dein Bäcker, lebt und liebt das Bäckerhandwerk. Traditionelle Rezepturen mit überwiegend regionalen Rohstoffen werden mit modernen und nachhaltigen Produktionsprozessen kombiniert. Dafür ist das familiengeführte Unternehmen weit über die Grenzen Limburgs bekannt. Bäckermeister Johannes Schäfer und sein Sohn Johann Schäfer arbeiten gemeinsam daran, die erfolgreiche Traditionsbäckerei in die Zukunft zu führen. Die Bäckerei Schäfer gibt es dieses Jahr seit 100 Jahren und wir führen die heute in der fünften Generation. Wir haben über 1300 Arbeitsplätze, 1300 Mitarbeiter bei uns im Unternehmen und unser Erfolgsrezept ist einfach die Qualität, die Frische und das alles mit regionalen Rohstoffen. Wir sind unbedingt Handwerksbäcker, aber die Technik erleichtert unseren Mitarbeitern einfach ihr tägliches Handeln. Aktuell investiert das innovative Unternehmen weiter in die Zukunft und hat einen neuen Firmenstandort gebaut. Neben einer modernen Backstube auf einer Fläche von 8000 Quadratmetern entstand ein modernes Verwaltungsgebäude mit weiteren 2500 Quadratmetern. Ergänzt wurde der nachhaltige und energieeffiziente Bau durch moderne Schulungsräume sowie ein großes Café mit Außenterrasse. Ein wichtiges Ziel war es, die bereits seit 2015 bestehende Zertifizierung für effizientes Energiemanagement noch einmal zu übertreffen. Hier werden täglich über 120.000 Brötchen, 9500 Brote und viele unterschiedliche Backspezialitäten an die Fachgeschäfte ausgeliefert. Die KfW war der richtige Partner für uns. Wir haben viel in Wärmerückgewinnung investiert, viel in erneuerbare Energien. Wir haben das gesamte Gebäude nach KfW 55 Standard gebaut. Wir erzeugen unseren gesamten Warnwasserbedarf im Haus selbst. Das heißt, wir nutzen die Abwärme von den Ofenanlagen, müssen also gar keine Heizung zusätzlich schalten und sind so sehr effizient aufgestellt. Mit der Nassauischen Sparkasse hat das Familienunternehmen einen direkten Ansprechpartner, mit dem seit Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit besteht. Für uns als der Mittelstandsbank in der Region und langjähriger Partner der Familie Schäfer war es selbstverständlich, KfW-Mittel in eine komplexe Finanzierungsstruktur einzubringen. Mit Unterstützung der Landesbank Baden-Württemberg konnten mehrere passende Förderprogramme eingesetzt werden. Damit konnten wir günstige Kreditmittel und Zuschüsse der KfW in ein stabiles und maßgeschneidertes Finanzierungskonzept einbringen und dem Kundenwunsch entsprechen. Durch die nachhaltige Investition gewährleistet das Unternehmen auch in den nächsten 100 Jahren, ihre Kundinnen und Kunden mit qualitativ hochwertigen Backwaren zu versorgen. Die KfW fördert Unternehmen, die in Energieeffizienz investieren. Egal ob sie Energiekosten im Gewerbegebäude senken, Energiekosten durch hocheffiziente Technologien minimieren oder Energiekosten im laufenden Betrieb einsparen. Profitieren Sie von niedrigen Zinssätzen und attraktiven Tilgungszuschüssen. Alle Informationen finden Sie unter kfw.de slash Energieeffizienz.